Wir alle wollen ja erneuerbare Energien ausbauen, aber solche Projekte können dann im Einzelfall durch eine eingebrachte Beschwerde von Nachbarn oder einer NGO ganz massiv verzögert werden und ich glaube, das muss nicht so sein. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Niedower von der Umwelt- und Energierestkanzlerin Niedower und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Und bei den erneuerbaren Energien, also da geht es um Erzeugung, um Speicherung und um Leitung dieser erneuerbaren Energien, da sind wir uns ja ziemlich einig. Wir brauchen die und wir müssen das ausbauen im Sinne der Energiewende und der Klimawende. Die Krux ist ja dann immer nur beim Einzelnen ein Projekt, gegen das einzelne Projekt gibt es dann doch immer Widerstand, weil man es halt nicht in seiner Nachbarschaft haben will oder weil man der Meinung ist, man muss mehr auf zum Beispiel Artenschutz von Tierarten und von Pflanzen achten. Und solche Beschwerden, die dann eingebracht werden von Nachbarn oder NGOs, können die Projekte massiv verzögern, weil man landet bei Gericht und so ein Gerichtsverfahren kann sechs Monate aufwärts dauern. Und das UVP-Gesetz hat darauf schon reagiert, im neuen § 17a sagt es, wenn so eine Beschwerde mehr oder weniger mutwillig ist, also wenn sie überhaupt nicht substanziert ist in der Sache, dann kann man die aufschiebende Wirkung der Beschwerde aberkennen, das heißt, das Projekt kann sofort umgesetzt werden, man muss das Beschwerdeverfahren nicht abwarten. Das ist immer das UVP-Gesetz. Die meisten Projekte finden aber außerhalb der UVP statt und da gibt es ganz allgemeine Regeln. Man kann aufschiebende Wirkung aberkennen, man muss sogar, wenn die Voraussetzungen vorliegen, aber die sind streng. Eine Interessenabwägung muss zugunsten des Projektes ausgehen, es muss ein gravierender Nachteil drohen und der muss außerdem dringend drohen, also das heißt, es muss aber eine gewisse Dringlichkeit gegeben sein. Und dort hat das Bundesverwaltungsgericht am 28.03.2022 gesagt zum viergleisigen Ausbau der Westbahn, naja, so eilig ist es dann doch nicht und es liegt ja nicht einmal ein Klimacheck vor, also keine Aberkennung der aufschiebenden Wirkung. Im Dezember 2022 ist aber die EU-Notfallverordnung erlassen worden, die gesagt hat, für die Erneuerbaren spricht ein überwiegendes öffentliches Interesse. Warum? Weil es dringend ist und weil wir uns EU-weit aufgrund der Gaskrise und des Ukraine-Kriegs in einer Notsituation befinden. Und diese Notfallverordnung wird von der RET3, von der Novelle der Erneuerbaren-Richtlinie, auch noch sozusagen jetzt dann abgelöst, die wieder das überwiegende öffentliche Interesse festlegt. Und da, glaube ich, wird man künftig ansetzen können, weil das im Einzelfall natürlich, in der Einzelfallbeurteilung dann doch den Schluss zulässt, dass die Erneuerbaren so wichtig sind, dass man die aufschiebende Wirkung von Beschwerden aberkennen kann.